Hallo Freunde der Fotografie und willkommen auf meinem Channel. Für alle, die hier neu sind, willkommen. Für alle, die sich hier schon ein bisschen auskennt, toll, dass ihr wieder da seid. Auf meinem Kanal dreht sich alles um die Hintergründe zu Foto und Video. Ich erkläre vor allen Dingen viel zu Licht, aber auch Tutorials und BTS, also Behind the Scenes. Ich nehme euch mit zu meinen Fotoshootings, erkläre dort ein bisschen. Ich habe eine besondere Reihe, bei der ich Lichtsets durchgehe und euch vorstelle, ob als Triplights oder draußen irgendwelche Fotoshoots oder Ähnlichem. Dann habe ich hier ein Fototreffen, bei dem ich normalerweise immer Fotografen einlade. Ihr seid dazu auch natürlich gerne herzlich eingeladen, falls ihr mal in Recklinghausen in der Gegend vorbeischaut. Wir quatschen über alle Themen. Ich mache dann halt entsprechend auch zu eurem Video. Das gibt es dann halt auch auf dem Channel. Wir besuchen auch andere Fotostudios, schauen uns da ein bisschen um. Ich plane auch in diesem Jahr, 2024 ist das jetzt aktuell, diese Fotostudios mal ein bisschen genauer vorzustellen, mit den Drohnen irgendwie durch die Hallen zu fliegen. Also einiges an interessanten Themen, die hier in dem Channel sind. Meine Fotografie ist nicht nur auf People und Studio begrenzt. Ich gehe auch gerne raus. Ich bin hier im Ruhrgebiet, eine der größten Stadtmetropolen der Welt. Ich mag Blade Runner, ich mag Licht, ich mag Neonlicht. Ich fahre auch zu einigen Städten, mache da halt so ein Urban-Fotoshooting. Nicht gerade so die tollen glänzenden Highlights, eher so ein bisschen andere Blickwinkel. Auch dazu nehme ich euch mit und dazu gibt es auch die Videos entsprechend hier. Wenn ich ein Tutorial mache, dann sind das eigentlich Sachen, die ich schon ziemlich lange im Einsatz habe, die mir auch schon ein paar Mal hingefallen sind, wo ich dann halt weiß, das Zeug hält und das funktioniert auch. Damit ist mein Channel natürlich nicht unbedingt so ein Mainstream-Channel, bei dem jeder Hype sofort zu tausenden von Klicks führt. Aber apropos Klicks, wenn ihr solch einen Channel mögt, dann könnt ihr das gerne damit zeigen, dass ihr ein Abo und die Glocke da lasst. Das zeigt mir dann, dass auch Content abseits von dem normalen großen YouTuber noch irgendwie Interesse findet. Also grob gesagt geht es bei dem Channel komplett um Licht. Wie man es bei People-Fotografie einsetzt, wie man es draußen einsetzt, wie man es nachts einsetzt, wie man es bei der Fotografie einsetzt, wie man es im Video einsetzt und die ganzen Randbereiche darum. Ich freue mich auf eure Reaktionen, auf eure Interaktionen, auf eure Bemerkungen, vielleicht auch auf ein persönliches Treffen. Ich freue mich einfach auf euch. Ich freue mich auf eure Fragen und ich freue mich auch darauf, wenn ich irgendwie euch Hilfe leisten kann. Wenn ihr Fragen stellt, dann nehme ich das vielleicht auch mal in so einem Video auf. Das war's. Ich würde sagen, ihr habt genug gelitten mit meinen Worten. Schaut euch einfach mal ein bisschen auf dem Channel um. Gebt Kommentare ab. Und wir sehen uns bei der nächsten Verrücktheit. Danke und bis bald und tschüss.